Die pappelt halt immer rein, bei jeder Folge. Gehen wir mal in Akt 20, was sind wir hier? Akt 14, Akt 14, Akt 14, Akt 14, Akt 20, Akt 20. Komm, da gehen wir mal nach Anorin. Gucken wir uns mal hier Anorin an. Anorin, das Land am Fuße der Weißen Berge, stand lange Zeit unter dem Schutz Minas Tirith. Anorin. Ach, geil. Besiegt alle Truppen Mordos. Ich spüre, dass etwas Böses nahm. Wir müssen ins Lager zurück. Hier entlang. Das Land ist dieser Tage gefährlich. So. Worauf achten wir noch? Worauf achten wir noch? Ich will hier unsere tollen Leute, will ich hier ein bisschen ausscheißen. Jetzt habe ich mich verdrückt. Ja, egal. Haltet die Augen offen. Burgenschützen. Gehen wir. Bögen bereit machen. Burgenschützen vor Augen. Aufpassen, Waldläufer. So. Ich will hiermit. Macht euch bereit. Wir müssen weiter. Ich finde wir unsere Helden ein bisschen deffen. Äh, bisschen skillen. Deswegen machen wir uns hier schön zu. Ruhig jetzt. Vorwärts. Deswegen schön einsperren. Ruhig jetzt. Zusammenbleiben. Wögen. Zusammenbleiben. Ruhig jetzt. Schauen wir mal, was unser Feind so macht. Von hier kommen sie ja nicht. Die kommen nur von hier, wenn. Ruhig jetzt. Bogen schützen vor Rücken. Bogen schützen. So, jetzt können wir uns das erste Gehöft mal wiederholen. So, da speichern wir hier mal. Auf Sigi Sicherheit. Und dann wie gesagt, gucken wir halt jetzt. Gucken wir halt jetzt, dass es halt läuft. Dass wir halt, ja, jetzt uns ein bisschen absichern. Ja, haben wir ja eigentlich. Wir haben ja eine brutale Truppe. Nein, Geschicksturm haben wir schon. Schauen wir uns hier mal mit unseren Leuten rum. Einfach mal ein bisschen, um zu leveln. Ja, ich speichere lieber nochmal mal etwas da wieder vor. Bist ja wieder mal total riskant. Aber das wir halt noch mit denen leveln. Das denke ich auch immer ganz gut. Zieht eure Waffen! Passt auf! Hier treibt sich keine Angst! Hinfort! Hey, unsere Feinde! Sie sind hier! Wir dürfen nicht wanken! Sehr gut. Macht euch bereit! Folgt mir! Er heißt sie an! Mittelerde braucht uns! Wir werden angegriffen! Elendil! Der Feind kommt über uns! Oh, großkandals! Da drüben! Attacke! Ich brauche Hilfe! Sehr geil! Erstmal so die Hauptanheiten von den Kellen. Ja, den du siehst geil. Oh, nice! Wir werden dieses Land. Großheit muss hier enden. Sehr geil! Wir fallen in Deckung, Männer! Halt für die Stellung! Schon richtig gut, ne? Ich hoffe, ich mache es diesmal richtig, ne? Mach deinen letzten Atem! So haben wir hier Level 8! Jetzt haben wir hier schon mal die... Auf Level 8! Also, äh... Gandalf und Legolas sind schon mal auf Level 8! Besser geht es eigentlich gar nicht erstmal! Und jetzt gucken wir halt, dass wir die noch in diesem... Level hier auf Level 9 kriegen! Argon kommt langsam mit! Hier entlang! Direkt mal schön hier alles vollhauen! 800! Wir haben ein neues Gehöft! Na gut! Das Gehöft ist fertig! Das Gehöft ist fertig! Hier würde ich halt... ...gern dann so einen... ...Posten hinbauen. Ja, Legolas One-Hippe dir halt, ne? Perfekt! Wir haben ein neues Gehöft! Wir haben ein neues Gehöft! So... ...da ist halt die ganze Mauer voll! Naja, wo wir halt alt aussehen werden, ist halt wirklich, wenn die... ...mit... ...Katapulten kommen. Unsere Gruppen werden angegriffen! Dann sehen wir halt echt alt aus, aber... Ne, ich will lieber auf... ...auf Absicherung gehen. Zieht eure Waffen! Mich interessiert es ehrlich gesagt gar nicht mal so hart... ...wenn wir hier jetzt die drei Türme gebaut haben... ...weiß sie nicht, die zwei Türme sind die drei Türme... ...so... ...Boromir ist auch demnächst fertig. Wir müssen den Krieg zu ihnen tragen! Wir müssen den Krieg zu ihnen tragen! Und nochmal kommen! Sehr gut! Hört mir zu! Hierher! Schnell! Ah! Ah! Der Feint ist unter uns Männer! Er muss besiegt werden! Jetzt kommen... ...komm, morgen! Ah! Ah! Zittert vorbei! Ah! Ein zorniger Zwerg ist ein tödlicher Gegner! Das wird ein Schade des Feindes! Ah! Ah! jetzt wollen wir uns mal hier machen wir genau dasselbe wieder wir machen dann hier so aus dem posten die gondor schmiede dass wir direkt neue einheiten bauen können der feind entdeckung männer wir werden noch eine stallung und es ist ja voll dumm ich bin verletzt wir müssen das böse vernichten wir werden angegriffen wir müssen zusammen dann haben wir hier einen schutz da einen schutz dann könnt ihr nämlich schön mit dem turm hier mit den türmen arbeiten die heilen sich ja auch wieder minimalen dann darf es fast level 9 das ist auch gut das ist natürlich ein hervorragender tipp von euch gewesen schön mit den arbeiten da passiert halt echt nichts kann man immer ein bisschen und steffen irgendwas ist als irgendwas sein sollte bisher sieht es ja nicht danach aus so legolas kann auch mal hier fetzen macht einen letzten atemzug sie greifen an im moment ist der schauen wir uns immer noch ein bisschen um hier entlang von da hinten wir müssen zusammen bleiben so dann gehen wir jetzt mal hier runter die kommen von hier irgendwo ja da die kommen von hier irgendwo ja da wir müssen das böse vernichten wir müssen das böse vernichten wir müssen das böse vernichten regolas macht er es wir werden angegriffen da können wir uns hier eine schöne eine schöne festung machen der feind kommt über uns wir müssen weiter der feind ist da haltet ein haltet ein wir dürfen hier nicht verweilen die beiden machen das schon Gimdi und Boromir die beiden er haltet hier alles Argon macht es ja die beiden schießen hier alle schön nieder ja legolas ist halt auch brutal Argon auch top ja so langsam verlieren die auch weniger leben so wie ihr gesagt habt ihr seid einfach die besten sind einfach die besten man kann echt alles mit denen dann schon regeln fürchtet die klinge elendis man kann es halt echt alles mit denen regeln wir müssen wasser die zwei kriegen das hier geklärt Mögen sie nie macht euch bereit soo schnell jetzt können wir uns hier die Lager kosten dann können wir hier mal alles aufbauen dann können wir hier uns noch das nehmen die beiden leveln sich hier oh level 9 ist schon Gandalf wir dürfen nicht wanken ah ist halt schon geil ne schon episch so ganz easy in der Base heilen die sich schneller jetzt haben wir die hier machen wir immer 1 1 so einfach als als Verteidigung und hier wo sie angreifen könnten haben wir auch noch zwei Türme macht euch bereit zurück zur Festung kann ich hole mal Aragon die holen sich das hier mal macht euch bereit wir haben nicht viel Zeit die holen sich hier das mal komm wir dürfen nicht zögern ein bisschen schneller ein bisschen schneller macht euch bereit Sauron muss besiegt werden bleibt nicht zurück jetzt haben wir hier noch ein bisschen ja das läuft halt easy peasy ne ist das halt formiert euch Ritter reitet hinaus jetzt mal noch kurz warten der Feind ist unter uns Männer dann warten wir hier wir dürfen nicht wangen rein ja das ist mega einfach ey mega einfach man kann echt mit denen nur mit den Helden ne die ganze Map machen ne das ist halt schon wie ihr halt gesagt habt ne dauert zwar ein bisschen aber so nutzen wir die am besten da haben wir schon Level 9 können wir die noch ein bisschen leveln hört mir zu wir haben ein neues gehört wir haben nicht viel Zeit wir müssen weiter wir kämpfen für den ruhigen Gondors hm 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 das ist halt so lustig ne die zwei dadurch dass sie die halt one hitten ne jetzt laufen wir ein Stückchen mal davor ein Moment hier entlang dieser Weg ist kommen dann nochmal welcher wir haben nicht ja an mir kommt keiner vorbei das können wir jetzt machen bis Legolas Level 9 ist die Schmiede kann mehr sehr gut das ist verdammt gut ey verdammt geil ey ich bin richtig begeistert man merkt jetzt auch dass sie stärker sind ne wir müssen bereit sein die geschmiedeten Klingen sind fertig wir haben nicht mehr Zeit 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 hier her holt mir geht jetzt schnell jetzt sie haben angegriffen zurück in die dunkelheit zurück ich spüre dass etwas böses legolas macht den halt alleine platt hier kommt keiner hier kommt keiner vorbei muss hier enden ich werde mich beeilen wir haben die schmiede der freund ist da jetzt die norm der macht uns ja tut uns ein bisschen hinten ja easy peasy und hier oben die festung geholt legolas hat es auch gleich bei soldaten level ab oder auch bei gebäuden das können wir mal gerne noch unten rein schreiben mal in die kommentare ob die nur die auch das sehe ich nämlich gerade nicht so raus sauren muss besiegt werden das ist halt echt easy ich weiß halt echt nicht was uns erwartet also tue ich mal schauen dass wir ein paar soldaten mitnehmen das gegen einheiten ist legolas super gegen gebäude alt kannst du nicht das ist dann halt und aber wir haben die zweite phase eingenommen an mir kommt keiner vorbei haben sie es hier und das war es noch nicht okay ich muss mal kurz warten und dann haben wir hier die nächste festung da hätte ich halt auch wieder gesagt hier immer so 1 1 dass sie schön auch mehr defen dass wir halt da ein bisschen ein paar türme haben wir haben ein neues gehöft dass wir ein bisschen eine kleine verteidigungsanlage haben dass sie da nicht gleich rein können aber was komisch ist dass die orks ja gar keine festung haben wir haben ein neues gehöft das ist ja ganz krass gemacht dass die orks gar keine festung so besitzen wie die menschen das muss der feind sein wir müssen oder wir haben halt nicht drauf geachtet das kann auch sein dass wir gar nicht so drauf geachtet haben nein wir dürfen hier nicht verweilen folgt mir Aragon da klopft da rein mit Aragon haben wir ja auch schon das schwert ne anführung ne plus 100% schaden mit Aragon bleibt weiterhin wachsam können wir eigentlich sowas machen mit Legolas? ne 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 aber ist ja nicht schlimm ist ja auch mehr sonst alles ich bin hier Aragon müssen wir auf jeden Fall noch ihr ring muss geschützt werden wir dürfen nicht wanken zieht eure Waffen ich spüre dass etwas böses naht ja machen wir genügend schaden hier das gehönt ist best hier denn Gandalf bleibt erstmal kurz wir haben den Feind vernichtet wir haben den Feind vernichtet ja geil geiles Ding die Elben werden diesen ruhmreichen Tag besingen saugeiles Ding man ich hoffe ihr seid das erste Mal so richtig stolz auf mich dass ich wirklich nur mit meinen Helden gekämpft habe ne außer halt mit Pippin Pippin ist scheiße ich mag Pippin nicht so Sauron überzieht ganz Mittelerde mit Krieg wenn ihn niemand aufhält versinken alle freien Länder in der Dunkelheit ich wusste doch dass wir da irgendwie ja wir gucken es uns schnell an das machen wir auch noch schnell in der Festung von Dunhark findet in Kriegszeiten die Heerschau Rohans statt du 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 ich muss irgendwas labern damit wir nicht schon wieder lizenz sperren haben wir müssen bereit sein wir müssen rasch handeln wir müssen zusammen bleiben ok bereite dich auf den Angriff vor dann würde ich sagen speichern wir hier und dann machen wir das wir speichern auf sicher sicher sicherheit und dann würde ich sagen na komm und dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten Folge bis dahin macht's kuhu